Lust, Shayshock Live zu gewinnen? Link dazu in der Videobeschreibung. Kurz meine Stimme lockern. Ja, moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Speedrunners zusammen mit dem Dominik. Moin. Und mir, dem Steffen. Und wir nehmen diese Folge direkt im Anschluss an die letztwöchige Folge quasi auf, weil wir ein bisschen vorproduzieren müssen, weil wir dieses Wochenende nicht aufnehmen konnten. Und, das heißt, ich bin immer noch genauso ärgerlich wie vorhin. Also quasi letzte Woche. Oh, da hat er mit dem Kopf. Das heißt, by the way, übrigens auch, dass ich kein Stück besser bin als letzte Woche. Ja, da konntest du ja nicht wieder heimlich trainieren. Sag derjenige, der Shayshock Live die ganze Zeit heimlich trainiert. Ach, Shayshock Live. Obwohl nicht mal heimlich. Ja. Stirb doch! Er rennt jetzt hinterher. Jetzt habe ich verloren, das war meine Chance. Ja, das ist kacke, wenn man Kisten hat, ne? Ja, das klingt nicht so wirklich was. Ja, das ist kacke, wenn man so einen Mist macht, ne? Hier einmal so zack, zack. Dann einmal hier so eine Kiste hin. Wie? Es ist kacke, wenn das Ding da durchgeht, oder? Das war ja auch so, was ja sehr gut hier einmal gehört. Ja. Hä? Ja, und bei mir geht es nicht durch, oder was? Ja, wahrscheinlich. Wie, und jetzt wieder nicht? Doch, es hat mich gebrochen. Halt ihn an! Ja, ich bin tot. Jetzt aber mein erster Punkt in dem ganzen Spiel. Ja! Ja, das war einfach nur Beschiss. Easy GG. Einfach nur Beschiss. Easy GG. Wie weit bin ich denn geflogen? Wie krass war das denn? Ich weiß es nicht, aber ich werde jetzt vorstürmen. Ja, vor mir aus. Ich habe einen Punkt gemacht, das ist schon mal ein Punkt. Ah, die blöde Kiste, die ich mir selbst vor die Nase gelegt habe, hat mich gerade gebremst. Hä, bin ich da nicht letzte Runde schon reingelaufen? Ich habe keine Ahnung, anscheinend nicht. Hä, was war das denn für ein unnötiger? Warum hast du den so ein Frischen eingesetzt? Das ist es nicht, einfach so. Einfach so, weil ich es konnte, weil ich eh gleich wieder so einen Teil bekomme. Ja, ich kriege ihn gerade, aber die ganze Zeit nicht, das ist ein bisschen blöd für mich. Was hast du denn hier? Wie, was hast du gerade gesagt? Du kriegst das Ding nicht? Du hast ihn gerade viermal oder so hintereinander bekommen, willst du mich verarschen? Der hat nur nicht geholfen vorhin. Der hat einfach nicht funktioniert. Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass du den dafür viermal bekommen musst. Was mache ich denn hier? Mein Gott. Ja, das ist eine gute Frage. Oh, was mache ich denn hier? Oh, jede Kiste mitgenommen, Jackpot. Obwohl, einen habe ich stehen lassen, die ist für die nächste Runde, wenn ich bis dahin komme. Oh Gott. Aber es wird schon spannender. Also, ich will nicht sagen, dass ich besser geworden bin, aber es wird spannender. Oh, ich verdrück mich aber auch durchgehend. Ja, aber die Knopfbelegung finde ich auch furchtbar kacke. Die habe ich auch schon ein bisschen umgelegt jetzt. Ja, siehst du, da ist wieder der Try-Harder in dir vorgegriffen. Ja, du kannst ja nicht drei Buttons gleichzeitig drücken, ne? So, jetzt kommen wir her hier. So. Ja, ich werde dann aber auch immer nach hinten noch mitgenommen. Warum wirft denn diese blöden Kisten nicht ab? Und ich fahre direkt da rein. Okay, das war's. Was ist los? Ja, ich bin jetzt versehen in die falsche Richtung gehappert. Och, man. Ja, hier. Zack. Ja, toll. Direkt in die Kiste dreingeflogen. Ja, jede Kiste ein Treffer. Gewinne, 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 gewinne. Jetzt geht die ja voll glas weg. Nein, diese blöde Kiste hat mir den Sieg gekostet. Die auch. Ja, da wäre ich aber auch hinterher gekommen. Spiel mir aber absichtlich mal, wir haben es denn kacke hier. Wie ist das denn eine russische Rakete? Och, fuck off. Die ist übel OP, ey. Die ist fast genauso. Jetzt lass. Ich habe ja schon andere E-Tes. Ich glaube, wenn du die noch nicht hast, dann kann ich die auch nicht benutzen. Ja, was ja auch nur fair ist, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht. Bitte. Russische Rakete. Nein. Ja, wumms. Ja, komm, was ist das denn für eine Farbe? Da ist eine neue Waffe, eine Bombe. Wumms. Ja, natürlich. Was ist los? Die trifft aus jeder Lebenslage. Hui. Und auf Wiedersehen. Ja, was ist das denn für eine Verarsche, ey. Du musst weiterlaufen, es geht noch weiter. Ja, ich habe meinen Kontroll... Stopp doch mal! Ja, habe ich doch. Ja, jetzt können wir weiterlaufen. Ich habe meinen Kontroll ausgemacht, als du mich gerade getötet hast. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Ja, aber wenn ich sage, stopp doch mal, dann... Ja, das hast du gesagt, als du fast tot warst. Ja, ja, ich habe gesagt, stopp doch mal. Nee, nee. Ansonsten hätte ich nicht gesagt, stopp doch mal. Dann hätte ich gesagt, lauf doch mal, du Penner. Nächste Woche komme ich besser zurück. Ich werde nur noch dieses Spiel trainieren. Ja, guck dir das mal an! Das trifft immer. Und ich laufe in jede Kiste rein. Das ist auch noch so ein Problem. Ja, nochmal. Nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Ich wollte extra einen auf deinen Kopf fallen lassen. Oh mein Gott! Jetzt spring doch da rüber, du Wahnsinniger! Nein! Lauf doch nicht in die Kiste, du Idiot! Ach. Warum? Ach, falsche Taste! Falsche Taste. Nein! Ja, was war das denn für eine Fake-Scheiße hier? Auflaufen, auflaufen, auflaufen. Ah, da hat er es. 3-1. 3-1. Immerhin. Immerhin. So, direkt weiter geht's hier. Ich habe den Unverwundbarkeits-Bohrer freigeschaltet. Schockwälder. Da sag ich hier oben, das Einkaufs-Center aufwählen und die Villa. Hm, ihr kennt ihn jetzt. Wenn ich nicht gewinne, kriege ich keinen XP. Das haben wir hier jetzt die Villa. Aber ich soll. In welche Richtung? Weiß ich auch nicht so wirklich. Oh, what the fuck? Oh, lol. Da war so eine Hover-Plattform. Du hast... Ja, natürlich zentriert es auf dich. Ja, immer auf den vordersten. Ja, du warst... Kommt drauf an, von welcher Richtung aus du zählst. Warum musst du da unten? Du bist halt den hinteren Weg gegangen. Ach, Laberkopf, ey. Oh, Kacke. Oh, Gott, da sind Spikes. Ja, viel Spaß in den Spikes. Nein, in den Spikes. Oh, nein, du hast mich mit der Kiste abgewehrt. Als ob das geht. Geblockt. Oh. Ich glaube, in den Spikes stirbt man auch, ne? Oder wird man dann... Ja, ich glaube, instant. Nein, was tut es denn? Was muss ich denn hier tun? Hier. Shockwave, nein! Oh, direkt. Wow, voll daneben. Beide vorbeigehabert. Oh. Wie kannst du... Ach so, ja. Du hattest so einen Boost noch. Oh. Was mache ich denn hier? Meine Güte. Hier. Nein. Gib mir ein gutes Item. Schnell. Oh, Gott. Das schaffe ich nicht. Ihr bekommt doch hier die Spikes. Da genau da. Nein, man stirbt nicht. Man wird nur so komisch gestunt. Okay. Oh, Gott sei Dank. Bin ich nicht gestorben. Das... Hätte mich Todes aufgeregt. Ja, ich habe verkackt. Oh, was für ein Kack. Guck mal, der Hothead hat übrigens die gleiche Gemütsfarbe wie ich. Naja, man merkt. Ey, wo kam die denn weg? Die habe ich überhaupt nicht beachtet. Hä? Was denn? Naja, war so eine Kiste irgendwie in dem Beschleunigungsding. Die ist da gerade gespawnt. So, merken. Nicht immer den gleichen Fehler begehen. So, oben lang. Oh, oben ist ja viel beschissener. Ja! Deine Mutter! Meine Fresse, ey. Das ist richtig... Aua, aua. Oh, das war noch meine Kiste. Hehehe. Oh, lol. Ich habe mir gerade schon wieder auf den falschen Charakter geguckt. Alter, übel weit geflogen durch deine Bombe. Ja, die haben mich auch irgendwie ein bisschen geboostet dadurch. Das gibt es doch nicht. Scheiße, ich verdrück mich immer. Wenn ich den Schwinger machen will, drücke ich die Item-Taste. Lauf! Nein! Oh nein. Der Weg hier oben ist viel schwieriger. Da bin ich eben gerade schon... Oh, ich bin tot. Wir haben mal zwei russische Raketen. Ja, wun... Chinesische. Wun... Zwei, woher das denn? War ich beide eingesammelt? Ja, natürlich direkt nacheinander. Lauf! Ja, du musst mir auch mal Zeit geben, mich erst aufzuregen. Ja, das Spiel gibt einem keine Zeit. Ja, was ist das denn für ein Scheißspiel? Wo laufe ich denn lang? Wie blöd bin ich denn? Der Unverwundbarkeitsbohrer. Was macht der denn? Ah! Der bringt ja gar nichts. Doch, der macht dich wahrscheinlich, wenn ich dich in der Zeit angegriffen hätte. Ja, natürlich! Abgewehrt, die russische Rakete. Ne, ich hab die hot. Ich hab ja die Hothead-Rakete. Ja, ich seh das schon. Ach man, ich mach immer den gleichen Fehler, wie so ein Trottel. Aber diesmal komm ich hier wieder mit rein. Ja. Was tust du denn? Tschüss! Ich dachte, der schießt dir nach vorne. Warum hat der denn nach vorne, äh, nach unten geschossen? Ja, was weiß ich. Ich bin in dem Spiel nicht drin. Ja, was das Game gekostet. No. Oh Gott. Alter, das ist voll heftig. Hä, wie kostest du mich denn? Hä, wie geht's denn? Du musst dich ducken, du hast es vorhin auch schon gemacht. Na, hab ich noch nie mitbekommen. Ach, ja, natürlich. Hast du das nicht mitbekommen, dass du das vorhin ausgewichen hast? Nö. Also, ich hab gemerkt, dass ich ausgewichen bin. Dass ich ausgewichen bin, aber ich wusste nicht, warum. Da hat der noch eine Runde dranhängen. Die erste Runde war ja der nächste. Oh, was haben wir da freigeschaltet? Die Fabrik. Boah, ich hab die Villa freigeschaltet. Ja, die hatten wir ja gerade. Ich nehm mal das Einkaufscenter. Ich nehm mal die Villa. Sehr interessant. Und es ist das Einkaufszentrum. Ja, es ist eh mal dein Mapboot. Egal, was mir das ist. Ach krass, daneben war es auch deiner. Beim ersten Mal. Ja, als wir das gleiche genommen haben, war das mein Mapboot. Wo bin ich denn jetzt? Falsch. Anscheinend. Guck mal, da hinten ist der Saturn. Guck mal, da oben ist jemand explodiert. Nein, halt, irgendwann ist mein Bildschirm. Stern habe ich günstig, ne? Kaputt. Jetzt lauf doch weiter. Ich kann dich anhalten. Ja, es ging bergab. Da kannst du ja nicht stehen bleiben. Das Spiel ist übel kacke. Das gibt einem nicht mal kurz Zeit, um seinen Controller wieder anzumachen. Wie so haust es sich noch immer aus. Ja, das ist halt nur so ein 3. Nein, ich wollte gerade ausweichen. Das ist halt nur so ein 360-Controller. Ja, hab ich ja auch. Aber ich hab ein Kabel gebunden. Hast du denn Kabel los? Nee, ich hab ein Kabel los. Sobald die Batterien draußen sind, bin ich am Arsch. Und sonst könnte ich den auch nicht in den Mülleimer schmeißen. Wie soll ich das mit einem Kabel gebunden denn hinbekommen? Keine Ahnung, das Kabel ist dran. Ja, nicht bei mir. Nee, du hast kein Kabel betreut. Ja, eben. Bist du gerade angehalten oder bist du immer vorgelaufen? Nein, ich bin gerade für das Weiß gelaufen. Achso. Wow, wow, wo muss ich hin? Der hat eine übel schwierige Wegführung hier. Scheiße, keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh mein Gott, was mach ich denn hier? Ja, ich bin tot. Lauf. Ja, zurecht. Nee, ich hab mich komplett versprungen. Äh, Doppelsprung, der bremst halt ordentlich, ne? Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt. Bleib hier. Na, mach mal auf für mich hier unten, danke. Alter, das ist voll unfair, dass man da lang kommen muss. Alles andere bremst ein. Weißt du, wenn du früher irgendwo bist? Außer in dem Fall. Schockwelle. Deine Mutter, ey. Das ist eine Schockwelle. Ja, nee, ich glaub nicht. Hier, noch eine. Ja, danke. Noch eine. Ja, das bringt halt überhaupt nichts. Ja, ich bin gegen die Decke geschwungen. Ja, es ist halt immer, weißt du, der Weg war unten lang. Oh, was mach ich denn? Tschüss. Easy win. Das ist ja so unfair. Ja, du hüpfst auf Erständen rum. Wir nehmen jetzt noch eine Runde auf. Okay, mach mal noch eine. Was hab ich jetzt bekommen? Den Feuerball. Toll, und ich hab erst die Bombe jetzt freigeschaltet. So ein Feuerball, Junge. Oh, scheiße, ich hab die Aufnahme gespeichert. Das ist wie bei Smash Bros. Wenn man da mal im Ladebildschirm Y drückt oder so, dann schweilt man auch im Aussehen die Aufnahme. Ja, hier ist es auch Y. Ja, ich scheiter. Ich scheiter. Ich scheiter. Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr dran? Ich komme da auch nicht dran. Du hast eben gerade doch gescheatet. Komm, Fall. Gott sei Dank. Ja, okay. Okay. Ich glaube, ich bin am Sack. Und nochmal alles mitgenommen. Weil ich saß für dich gelassen. Ja, aber ich bin ja extra für extra... Den Schmarrn geb ich mir nicht. Dann noch lieber den Freitag wählen. Dann lieber den... Mal abgesehen davon, dass ich da gar nicht mehr hingekommen wär. Dödel, 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 dödel... Nein, was tue ich denn? Eine chinesische Rakete. Kabut. Ja, deine Ma... Oh fuck, warum setze ich das denn da ein? Ich kann es dir nicht sagen. Jetzt machen wir schon eine Kiste. Und tschüss. Ja, wir noch. Wir hätten die Runde nicht mehr spielen sollen. Wollen wir noch eine Runde machen? Ja. Ja. Ja, komm, das war jetzt zwei Minuten. Mit einem 3-0 will ich diese Wolke nicht verlassen. Mindestens ein 3-1. So. Oh, die Fabrik. Oh Gott, eine neue Karte. Dominik hat die bestimmt schon getryhardet. Na sicher. Die habe ich gerade freigeschaltet. Da sieht man sogar eine Aufnahme. Ja, ja. Das Spiel hat noch nicht einmal vorher gestartet. Ja, ja. Deswegen steht bei dir auch schon 8 Stunden Spielzeit. Ja, was ist das denn? Auf Wiedersehen. Dich kriege ich. Fuck. Nicht. Wollte ich sagen. Dich kriege ich nicht, habe ich gesagt. Lauf. Aua, warum ist denn hier so ein Kack? Wo muss er hin? Ja. Kisten. Oh, die Reflexe. Göttlich. Aua. Nein. Was soll ich denn? Oh Gott. Nein. Einmal in Abgrund gefallen. Ich bin genau gegen die Dings da gesprungen. Das war richtig dumm. Willst du dich nochmal machen? Nee, danke. Ich habe schon. Oh Gott. Tschüss. Ach, es ist noch eine Runde. Es ist noch. Ich habe kein Headset mehr auf. Wie das Headset? Aber ich höre dich trotzdem noch. Okay, sehr gut. Es war leise, aber ich höre dich noch. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn für ein Alte? Mal Kisten. Da muss mir keine Sorgen machen. Ich habe nur so eine blöde Kiste. Miau. Aua. Hey. Hey, wieso ist denn jetzt das Item weg? Weil ich das mitgenommen habe. Ja, das meistens. Bei mir bleibt das eigentlich immer da, wenn du was mitnimmst. Nee, ich habe das mitgenommen. Ganz entspannt. Ich habe das hier bei mir. Naja, die bleibt aber trotzdem liegen. Wir haben Mario Kart. Ach so, nein. Also nicht immer, aber einfach das. Du meinst, Mario Kart 8D-Sync. Ja, Mario Kart 8D-Sync. Kack. Lauf. Lauf. Oh, Gott sei Dank sind hier diese Speed-Dinge. Oh, und ich renne gegen jeden. Kack mal wieder. Aua. Nicht die russische Rakete. Ah. Schnell den Nacken. Ach, da weicht er aus. Der Reudiger. Hier. Hui. Oh. Woher hast du denn so viel Speed? Das ist ja unnormal. Ja. Tür zu. Nein. Speed. Was mache ich denn? Ich schmeiße mal den Sieg weg. Ja gut, das war jetzt wieder die... Fuck. Fast der Sieg. Hä? Hä? Was war der Feuerwehr? Guck mal, der ist alles klar gemacht hier. Oh, hui. Oh. Mann, ey. Ich war denn jetzt die Kisten. Hab dich. Nice. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, Sundev. Oh Gott. Nein. Na, lauf. Du. Ah. Wo willst du denn hin? Und da ist er weggesprengt. Warte, ich setze mir kurz mein Headset wieder auf. So. Scheiße. Gut. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Steffen sollte mal ein bisschen üben jetzt in der Zeit, wo ich abwesend bin. Fuck you. Aber gut, ähm, ja, sonst lasst gerne noch ein Like da, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch gerne machen. Und sonst sehen wir uns halt bei der nächsten Folge von irgendwas wieder, was wir hier so resplänen, wenn ihr Lust habt. Sonst gut noch bei den Social Medias vorbei. Und sonst würde ich sagen, bis dahin. Tschö mit Ö. Tschüss. Übrigens, der Typ ist Level 30, wenn ihr das nächste Mal die Aufnahme guckt. Bestimmt. Übrigens, der Typ ist Level 30, wenn ihr das nächste Mal die Aufnahme guckt.